einen wunderschönen guten morgen an diesem sonnigen montag unter ein tag nach dem wettkampf in portugal und wie sagt man nach dem wettkampf ist vor dem wettkampf nacht war nicht so doll weil da fängt erstmal an alles sacken zu lassen und so rattern ich konnte nicht so gut schlafen aber habe trotzdem schon wieder bock auf training habe ich verabredet mit dem trainingspartner vorher weil wir trainieren beine und mir tun die beine auch dezent weh vom ganzen durchspann ich mag das wenn ich nach dem wettkampf so schnell wie möglich meine routine rein finde und heute würde ich halt mit beintraining wieder starten und deswegen mache ich das auch und deswegen gibt es jetzt erstmal geschmeidige ein dreiviertel scoops crank wie war michis nacht kurz und nicht so erholsam aber ich muss echt mal fette props an dich raushauen weil alle leute die unsere gepflegte bodybuilding unterhaltung konsumieren und das feiern wissen ja gar nicht was da dahinter steckt ich glaube wir sind gestern um ein uhr nach hause gekommen ja und matze hat die halbe nacht das video geschnitten und das erste video vom wettkampf war heute morgen online ja also nochmal ein fettes dankeschön nur dass die leute auch wissen was da im hintergrund arbeit geleistet wird und ihr wisst wie ihr diesen erstklassigen bodybuilding content unterstützen könnt der auch weitergehen wird wann ich das ganze mit meiner frau besprochen habe dazu später wird auch sehr gewertschätzt in den kommentaren jetzt paar kommentare gelesen unsere katze unsere hauskatze die mag ihr futter nicht so leise ich habe kein nassfutter mehr ein bisschen nassfutter kaufen ein reißpudding mit reißpudding füttern 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 wie war deine nacht ganz gut hatte eigentlich die beste nacht bis jetzt ja ganz ganz gut geschlafen und heute morgen waren alle ein bisschen später wach konnte ich ein bisschen länger schlafen außer der bum bum hat wieder rum 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 geholtert wäsche gewaschen telefoniert auf lautstärke 8 sehen du willst jetzt wieder mit dem klopapier safe das der team gestern hast du ja auch schon erfolgreich genutzt zweimal und bin dann so raus mit dem klopapier mit dem arm und dann dachte ich so ach nee dann bin ich noch mal rein abgefragt man eine tüte hat sieht doch irgendwie doof aus wenn man mit vier rollen klopapier über so ein strip da läuft abends klappe zu kaffee tot warte mal warte 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 übrigens unsere zuschauer kriegt ein gratis österreichisch kurs mit aller vermittelt so stellen wir deinen trainingspartner vor so ja genau haben wir schon angekündigt dass wir einen trainingspartner haben hier ist unser lieber peter peter are you hi guys i'm really excited to train legs with team and i hope so you will enjoy our training together yeah me too yeah let's go let's go dann 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 Ich weiß nicht, was der Ort war. Fortschritte. 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 Was hast du in San Marino? Ich weiß nicht, vielleicht 6, 7 oder so. Das war ein schweres Einladung. Ja, Cedric McMillen, Hardy Chopan, Brenton Curry. 6. 3. 3. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 9. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 105. 5. 10. 1000. 16. Du bist 32 Jahre alt. Du bist 19 Jahre alt. Was hast du für das Geschäft? Ich habe mein eigenes Gym. Ah, okay. Er hat mich einen Wettbewerb für sein Gym. Wir müssen einen Besuch nehmen. Wir kommen zu dir. Peter sagte, es gibt einen sehr schönen Fisch in seinem Stadt. Ja, und es ist sehr schön. In welchem Bereich du lebst? In Rijeka ist es wie eine Stadt auf dem Meer. Also es ist sehr schön. Die Böden sind sehr, sehr... Ist das so weit von uns? Nein. Da können wir jetzt schon einen Report machen, oder, David? Ja. Wo hast du den Report? Ja. Die meisten der europäischen Leute gehen dort auf vacation. Also es ist sehr schön. Ja? Schreibt in die Kommentare. Wenn du siehst, hier ist der Gym von Peter. Also... Up! Up! Two more. Up! Up! Wade on! Come on! Ja! Jиях mount! Les bra ut! Jetzt geht! secrest du es jetzt! Come on! Ok! الangehen wir uns! goose auf! Weis! Yeah! ein Up Okay One Three Four Five Six Seven Nine Yeah buddy Ten One Two Four Three Two more Yeah And one more Yeah buddy One more I think that this works better I have not stolen this machine Up the door Warm up And then we go drop Yeah Okay How do you train normally Peter? I train like I don't do like Warm Warm up Set like that I go Maybe first set warm up Then I go High volume Like 15 reps Then I put more weight Then I go 12 Then I put more weight Then I go 8 Something like that Yeah And maybe drop set In the preparation And super set Also In the last couple of weeks And that's it I just want to train hard Just wanted to go To the end To the To the Feel the muscle He told me bodybuilding is for me Not just posing Just Just presentation For me is bodybuilding Do my workout in the gym And that's for me too Puff Deine letzte Begegnung mit Peter? Letzte weiß ich nicht genau Aber die erste war auf jeden Fall 2014 in Prag So Eine sehr enge Knappe Begegnung sogar Fast 10 Jahre her Wahnsinn Irre Und er ist genauso alt wie Tim Zehn Jahre jünger als ich Ja So war das Wahnsinn wenn man drüber nachdenken 2014 Was für jünger junger Spundtel aber Ja damals ist recht Jetzt eigentlich immer noch Also flexibler So Alles so kugelrund Sieht man selten Und mein Gym ist Eisenhöhle Just Eisen Iron Cave Ich mache den Kömmerchel Gym In ein paar Wochen In ein paar Jahren Nur in zwei oder drei Jahren Aber Im Moment ist es besser So Ein secret Ich kann meinen Workout machen Ja 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 Michi wie läuft es am Tag danach? Noch ein bisschen eingerostet Aber grundsätzlich Mit der Motivation Im Vorausblick Auf das was noch kommt Versuche ich das Maximum rauszuholen Zwei 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 3, 4, 5, yeah, a bit slower, a bit slower, yeah, yeah, feel your muscles, yeah, come on, yeah, yeah, come on, Peter, 3, yeah, 2, 2 more, come on, one more, one more, one more, and the last, the last, the last, I'll help you, come on, yeah, buddy, yeah, we do three sets with high reps, 50 reps, 15 reps, 50 or 15? 15, I don't call Brian Dobson. Ah, come on, Peter, yeah, ah, great. Oh, fuck, come on, up, yes, up, 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 come on, two weeks more, up, up, go, up, go, up, 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 go, and go, up, up, 1,2,1,2,3,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,5,4,5,4,4,4,5,7,4,1,2,2,4,4,5,5,3,5,4,2,4,5,4,5,4,4,5,6,9,2,5,4,5,4,5,4,5,6,6,7,8,4,5,5,4,7, Gut. Gut. Drop. Gut. Up. Drop. Make it go. Up. Komm, auf geht's. Drop. Up. Up. Five. 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 Come on, two more. Here. Yes. Come on, up. Last exercise, all in. Good. Up, 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 up. Come on. I think we should go a little bit more forward. Step forward. Yep. Yep. It's better. No, forward. Yep. Yep. Come on. Come here. Yeah. 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 Two more, two more. Yeah, one more. And drop. One. Two. Three. Four. Five. Four more, one more. And drop. Yeah, buddy. One. Three. Give me six. Four. Five. One more, one more. Six. Yeah. Great. Come on. One. Two. Three. Four. Five. Five. Give me one more. Six. Come on, Peter. Six more. And finish. Come on. Two. Yeah. And one more. Yeah. And one. One more. Yeah. Last set. Last set. Last set. Yeah. Fuck. Great. Last rep. Two. Great, great. I like it. Kill me in the last exercise. Thank you for workout. Thank you. It would be great. Yeah. And great to meet you. Me too. I really enjoy it. Yeah. I'm looking forward to visit you. Really great if you come. Yeah. There we can really change a couple of days. Yeah. You will push me and I will push you. Yeah. Really. Of course. Oh fuck. You loved workout and I love workout too. You are a hard worker. That can I. That can I be. Of your. Of your. Workout style. Yeah. I see. And at your muscle quality. You have a. Very good muscle quality. From. From hard workout. You know. Yeah. You can. You can do quality muscle if you don't hard work. Yeah. Yeah. Thank you. Write in the comments. That the workout. It's like you. Thank you. Thank you. And now we can go. Eat something. Haha. Haha. Untertitelung des ZDF, 2020